ich begrüße euch recht herzlich zum monatlichen unboxing einer myfishing box in diesem fall das erste mal für mich obwohl sie im letzten monat schon gab eine schöne hellblaue myfishing box die raubfisch box im september jetzt in dem fall ich habe im letzten monat mal eine karpfen box versucht aber vorbei mit dem experiment jetzt geht es wieder an die fische mit zähnen an die raubfische ja das erste mal in dieser farbe sieht geil aus ich habe ja auch noch eine pro box eine aktuelle in schwarz da sieht man jetzt auch wenigstens den unterschied vorher war das ja immer nicht so ganz gut zu erkennen würde ich jetzt mal so sagen aber jetzt haben wir da echt eine gute abgrenzung und sehen sofort was was ist man merkt auch am gewicht dass hier die pro box auf jeden fall mehr drin aber da kommen wir noch mal später zu in einem anderen video ja jedenfalls jetzt hier die raubfisch box für den monat september in einem wunderschönen blau auf geht's ich glaube da sind dieses dieses mal von monkey lures ein paar köder mit drin hatte ich so bei instagram gesehen als kleinen teaser mal schauen was da so alles auf uns zukommt kann natürlich auch sein dass ich quatsch erzählen aber wenn wir gleich rausfinden so da geht's los verpackungsmaterial so da haben wir hier von der firma westen den zander tees fire tiger design die form von einem zander natürlich mit passendem großen kopf hier ganz cool aus ja genau das richtige auf jeden fall auch jetzt für die anstehenden hechtzeit ja wo die hechte jetzt auf beute jagd gehen bei der herbst vor der tür steht 17 cm ein stück klasse das ist ein schöner köder da freue ich mich drauf erinnert mich von der form her so ein bisschen durch dieses sehr bauchige an die zander pro chats von fox oder auch an die külfis von lma b ja so was in der richtung da ist ein bisschen breiterer köder sieht man hier ja schön den kann man auf jeden fall gebrauchen ich jedenfalls für meine angelei so machen wir gleich weiter mit einem lolly und dann geht's hier los mal mit einem tollen vorfach in dem fall aus wolfram finde ich sehr schön also was man da drin ist muss ich sagen kompliment habe ich mir immer gewünscht dass man was anderes drin ist außer die wenn sie mal eben auch drin waren die fluss oder so dass man hier auch mal ein bisschen hechtsicher wolfram ist ja immer noch so ein bisschen ja wie soll ich sagen man kriegs im angeladen auch mal ab und zu angeboten mensch wird system probieren oder so aber ist immer noch so ein kleines nischen produkt würde ich jetzt mal sagen ja zehn kilo 25 cm lang durchmesser 23 mm kann ich gut gebrauchen sehr schön freue ich mich so dann haben wir hier weiter auch eigentlich was für mich metall mag ich natürlich immer ein paar spinner blättchen der firma jenzi die kann man sich durch die kleinen schrauben hier in köder reindrehen weiß ich jetzt noch nicht genau wo muss man vielleicht mal gucken hier sieht man sehr gut perfekt also entweder direkt hinten an den schwanz wie man es hier so sieht oder auch von unten und das macht dann natürlich noch ein bisschen mehr action und ein bisschen mehr bambule im wasser genau cool auch eine tolle sache finde ich gar nicht so schlecht so und dann haben wir hier schon die mixed monkeys angesprochen monkey lures in verschiedenen größen und farmen und ein bisschen low action oder no action keine ahnung ob es jetzt das eine oder das andere ist und ein paar mit einem normalen tail hinten dran eine schöne packung fast so schön zum aufreißen muss ich ehrlich sagen gibt mir leider ehrlich gesagt bei vielen ködern so die ich mir eigentlich viel lieber wie in einem laden an die wand hängen würde anstatt die aufzureißen und irgendwo im see zu verlieren ja auch in verschiedenen farben hier verschiedene größen tolle gemischte packung da haben wir noch einen jick kopf dabei zwei stück in dem fall also für die vier köder sollten da vielleicht so richtig die passenden größen mit bei sein auch schön tolles set einwandfrei ja also da kann man auf jeden fall nicht meckern dass auf jeden fall eine tolle box bisher so dann geht es hier noch weiter mit einem aufkleber die werden die alle kann man auch immer gebrauchen aus toll zum verschenken wir mal irgendwie kleine verwandtschaft kommt ja kleine cousins oder neffen sie freuen sich immer darüber kann ich nur als tipp sagen dann haben wir noch ein bisschen werbung vom deeper ja ich habe keine ich habe noch ein sehr klassisches altes gerät was natürlich noch nicht so toll aussieht wie hier aber funktioniert auch ja ob man das braucht weiß ich nicht ich hätte auch angst wenn ich das ding auspfeffer an angelassen einfach auch abreißt und dann irgendwo rum schwimmt ich weiß es nicht man kann es natürlich auch anders nutzen aber laut den werbebildern die auch manchmal drauf sind ist es auch dafür gedacht ist einfach mal rauszuschmeißen von land aus naja jeder wie er es mag so und dann geht es hier noch weiter mit den myfishingbox news und natürlich auch den treuepunkten für das ihr euch also für die ihr euch natürlich auch was aussuchen könnt vorwort und allem was so in den boxen ist genau noch mal eine kleine info natürlich zu allen ja schön so wie immer macht ja auch arbeit so eine kleinen hefte mal zu erstellen sollte man eben auch nicht vergessen dann haben wir noch mal poste und gewinne so wie man das eigentlich immer auch kennt da gibt ja immer wenn ihr bei instagram unter bestimmten hashtags eure box besonders schön präsentiert könnt ihr da auch immer noch was gewinnen ist jetzt hier für den september natürlich da mal den kurs ist der nette junge mann der immer beim whatsapp support für euch da ist meistens und ja manchmal natürlich die werbung für den adventskalender den ich natürlich auch wieder bekomme ja ansonsten finde ich die box echt klasse also das genau nach meinem geschmack muss ich ehrlich sagen also ganz toll tolles sortiment für jeden was dabei endlich mal richtige vorfächer zum ausprobieren von wolfram was genau da jetzt eigentlich der vorteil noch mal ist weiß ich gar nicht ob das jetzt besonders weich war habe ich mir jetzt nicht sicher ich will ja auch kein quatsch erzählen aber ich habe schon öfter mal im laden angeboten bekommen ich habe sie auch schon mal probiert aber ob die jetzt besonders gut oder schlecht waren da habe ich schon das habe ich schon vergessen wenn ich ganz ehrlich bin so genau ein paar spinnerblätter blättchen zum ran machen die köpfe passend einen schönen großen fisch hier von westen den thunder tees ist es der von diesem enrico ventura ich weiß es gar nicht schon wieder ein bisschen her ob ich das gelesen habe enrico die ventura hört sich an wie irgendein filmstausch schauspieler ne so ein kreativer name naja egal so ja das war es eigentlich von mir tolle box ich bin echt zufrieden freue mich da sehr und schaltet auch demnächst wieder ein wenn ich die probox noch zeige und dann gucken wir mal was da so ziemlich der unterschied ist und was das gleiche ist also in den boxen ob man es mal genau sieht Dankeschön fürs zusehen euer lemmy haut rein macht's gut und einen schönen sonnigen tag